Gemeinsam mit Michael Bautz stehe ich am Stand der Friedrich-Lütze-GmbH auf der SPS 2019. Herr Bautz, Sie sind Produktmanager-Cabinet bei Lütze und sind verantwortlich für den Bereich Verdrahtungssysteme. Sie präsentieren hier in Nürnberg das Nachfolgesystem des bewährten LSC-C. Wo liegt die entscheidende Neuerung? Der wesentliche Vorteil ist, dass wir mit einer Artikelnummer zwei Systeme aufbauen können. Das erleichtert vor allem unseren Kunden das Leben, also mit einer Profilbaureihe für zwei verschiedene Verdrahtungssysteme. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Mit dem Airstream und Airstream Kompakt arbeiten wir im vorderen Bereich auf der Komponentenebene mit dem gleichen Stegprofil. Der wesentliche Unterschied ist, dass das eine ist ein Bügelsystem und das andere wird über Stützern in der tiefen Ebene abgefangen. Also wir haben ein flexibles Stegsystem für zwei Verdrahtungsrahmen. Neben dieser Vereinfachung der Prozesse rund um das System sehe ich aber noch ein kleines, nicht unerhebliches Detail. Es hat sich auch optisch etwas geändert. Ja, mit der Airstream-Prägung auf jedem Steg wollen wir die positiven Eigenschaften in den Fokus stellen. Also die Airstream-Prägung steht für die Alleinstellungsmerkmale gutes Klima, Nachhaltigkeit, Modularität und natürlich auch die Platzersparnis im Schaltschrank. Vielen Dank, Herr Bautzen.